Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rocket League. Mit dabei wieder der wortwörtliche Chaos-Trupp. Irgendwie haben wir heute nur Chaos hier. Einmal die Lissandra in dem pink-blauen Autoschen. Dann den Simple Sense im goldschwarzen. Ich darf ja nicht Geld sagen. Und noch einmal Flexiclex in seinem pinken Einhornauto mit pinker, mit pinkem Ballon. Wunderschön. Moin, moin. Mit pinker Farbe. Alles pink. Und wir haben jetzt schon ein paar Runden so gespielt. So gegen andere Spieler. Vier gegen vier. Und jetzt wollen wir noch ein paar Runden zwei gegen zwei machen, ne? Jawohl. Jawohl. Wenn keins dieser Videos für den Web-Videopreis nehmen wir jetzt. Warte, was ich auch nicht. Weil wir die Ersten und die Einzigen sind, die Rocket League spielen. Leute, ich starte mal. Alles klar. Ich starte mal. Also ich würde sagen, die letzte Folge wird definitiv nominiert. Die war nämlich einfach nur lustig. Wir haben es einfach revolutioniert. Also wer es noch nicht gesehen hat, unten ist auch zum Beispiel meine Playlist in meiner Infobox. Und ansonsten einfach bei den anderen auch unten in die Kanäle. Alles steht in der Infobox. Einfach mal reinklicken. Abo dalassen, Daumen dalassen. Alles dalassen. Alles dalassen. Und alle bitte einmal Auto zuweisen, ne? Ja. Wie, wie mach ich das jetzt? Und wer jetzt nicht kommt, was? Okay. Ach du Scheiße, der Ping. Oh Gott. Holy shit. Was ist hier los? Ahhhh. Nein. Scheiße. Felix, los. Schieß ein Tor. Oh. Okay, damit war ich jetzt gerade nicht drauf vorbereitet, aber ich versuche es. Nein. Jetzt geschafft. Ah, ich habe ein gutes Item. Die Items setzt ihr auf L3 ein, falls ihr das nicht wisst. Oh, guck mal mich an. Okay. Nein. Nein, Felix. Hab ihn dir geklaut. Ja. Richtig geiler Klau, ey. Ja. Jetzt muss man das nur noch einfügen. Die Szene. Ja. Das mag ich auch. Oh nein. Ich komme. Wo seid ihr? Hat er denn gerade platt gemacht? Ja. Nein, was hast du denn? Nein. Oh, ich dachte... Das beste Item ist immer noch der Enterhaken. Ich hatte ja mal eine riesen... Wo ich die denn geklaut habe. Nein. Jawohl. Ich hatte ja mal einen riesen Streit mit einer Freundin, ob es jetzt Item oder Item hat. Echt jetzt? Ja. Vor Ewigkeiten. Item, 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 Item. Ich hatte gerade das legendärste Item überhaupt im Pümpel. Item. Nein, Spaß. Mit deinem Pümpel da. Nein. Sehr gut. Und? Du hast es angestiftet. Ah, schade. Nein, 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 nein. Was? Was war denn das? Was war das? Enterhaken. Hat viel gebracht. Echt. Felix, mach ein Tor. Hast du auch im falschen Moment genutzt. Was? Ich versuch's. Ich versuch's. Okay. Okay. Jetzt. Da. Ah. Ah, so. Undis. Wow. Ah nein, ich hatte den Ball nicht unter Kontrolle. Oh. Schade. Was war das jetzt? Ich hab den Ball geklaut. Nein. Mit dem Pümpel. Nein. Oh Gott, war das Mkanel. waste. Ja,Я, Insurance. Oh Gott, herrlich. Guck man mich an. Dad crisis. Mist. Mist. Oh, bei mir haben gerade statt alle in roten, pinken. Ehrlich. Ja. Ja. was soll das sein jetzt grad? Hey, warum fährst du gegen mich? Was soll das? Ich jagd dich! Das liegt aber an der Lobby, glaub ich. Oh, nein, sorry! Wir können ja gleich mal den Hof wechseln. Oh, was? Ey, sag mal! So, ich komme. Gut vorbeigesprungen! Jawoll, danke! Ich hab den Pümpel. Los geht's! Der Pümpel ist aber geil! Der wäre aber eher zu empfehlen, wenn man im gegnerischen Tor steht. Hab ich ihn noch getroffen? Also ich könnte mir vorstellen, wir alle machen irgendwann ein Logo, wenn wir ja einen eigenen Kanal haben und der Logo repräsentiert einen Pümpel. Ja! Nein! Oh, Felix! Du regst mich auf! Du regst mich aber nicht mehr machen! Das werden die Aggressionen hier aber locker, ne? Dicken Krieg, ey! Okay! Ey, chillt mal! Oh, ich sollte auch fahren und nicht nur Blödsinn machen hier! Oh, sag mal! Sag mal! Sag mal! Sag mal! Ich krieg den nicht! Nein! 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 Ich hab jetzt dein gelegtes Item! Schade! Oh nein! Was war das? Ah! Jetzt verstehe ich das Item! Sag mal! Felix! Der macht alle Tore alleine! Der braucht mich gar nicht so! Nisantra kommt zu uns ins Ziel, wir machen Felix Platz! Ich glaub wir spielen gleich 3 gegen 1 hier, ne? Ja, glaub ich auch! Das geht auch! Ehrlich? Ja! Alle gegen Felix! Nur Singleplayer, glaub ich! Das geht... Ne, das kannst du auch einstellen! Das heißt irgendwie, ähm, Dingsbums hier... Ja, ja! Der war drin! Nein, der war nicht drin! Das kannst du bei privatem Spiel da einstellen, wo 1 zu 1, 1 zu 2, äh, 2 zu 2 und so was steht. Also 2 versus 2 und so... Ja, ich dachte aber nur um Singleplayer! Müssen wir das gleich mal austesten! Mal gucken, ob Felix dann irgendwie Probleme dann hat! Hä, wo... Oh, das gibt's doch nicht! Ja, Felix! Komm! Oh, ich hatt ihn auch gemacht! Glaube ich! Ich weiß es nicht! Hilf, lass dich nicht auf mich! Mit so einem Kackeinhorn da! Kack's euch! Ja, den hättest du auch gemacht! Eventuell! Kack's nicht! Musst du nächstes Mal vorher Bescheid sagen, dann lass ich ihn dir... Ja, ne, lieber machst du den Save, als dass ich ihn verkack! Felix! Scheiße! Ich bin... Ich bin grad... Scheiße! Nein! Felix, wo bist du? Da! Da! 0 zu 6 willst du mich verarschen! Ich wachs nicht! Felix, hast du heimlich geübt hier, hä? Na, hat's geübt! Ich spiel halt... Ge-legentlich! Ge-legentlich! Zu jeden Tag! Gelegentlich! Bestimmt soll die ganze Nacht... Ich muss gehiss... Können! Ups! Hä? Das war grad Leggy! Auf jeden Tag steht Felix auf und denkt sich, oh, ich muss Rocket League spielen! Ich muss gegen die anderen gewinnen! Ja, genau! Bestimmt spielt er bis morgens dann und dann schläft er eine Stunde und jetzt geht weiter! Nein, schwarz! Jetzt rechts aber... Gut zu schlafen! Ja, okay! Oder hast du... Na! Ja! Nein! Ich hatte grad kurz nen Abbruch gehabt. Ich bin direkt wieder da. Äh, jetzt bin ich da. Oh, scheiße! Komm, warte! Oh, nee, nee! Nein! Nein, 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 nein! Na, toll! Jetzt, jetzt kommt mein Extrabus, oder was? Ah, ich bin vorbeigeflogen! Ja! Nein! Nein! Ich fliege! Oh Gott! Oh, wir haben gewonnen! Ja! Felix hat... Pinke Autos gewinnen! Siehst du mal hier! Yay! Gut, das war's dann wieder für heute! Felix mit seinem Einhorn hat hier alles gerobbt! Echte Härte! Ich muss mir auch so nen Einhorn besorgen! Ja, vielleicht hilft das was, ne? Ja, ich glaub auch! Ich glaub auch! Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben! Ansonsten checkt die Kanäle von den anderen aus! Steht alles unten in der Infobox! Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play, würde ich mal sagen! Genau! Bis dann! Ciao! Ciao! Ich macht mir einen Daz like geben! Tschüss! spielen sechs?